Ja, aber das werde ich das erste Mal. Aber hier ist das so blatant, weißt du? Ne, weil der einzige Grund, weshalb du das machen musst, ist, weil du nicht springen kannst. Ja. Ja. Weil dir das Spiel das verbietet. Das ist wirklich furchtbar. Das ist alles, aber pass gut dazu. Aber diese Dreiecke, diese Dreiecke, diese Dreiecke ist der beste. Na, 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 na. Das Licht erinnert sich ein bisschen. Nein, nein, da ist das gerade Dämmerung. Twilight. Ich habe keinen Bock auf Kreis. Hast du gerade aufs Versehen geschlafen? Ja, nein, nein, das war geplant. Das ist ja toll. Mit Kreis wäre der schon so lange tot. Ich weiß. Mach's jetzt einfach, Robin. Der Punkt ist jetzt überschritten, leider. Was ist bei wem? Ich will die aushalten. Okay. Du treffst sie ja nicht. Ich treffe sie schon immer wieder die ganze Zeit. Nicht durchgehend? Du hast dafür wirklich den Special Move Finger ansetzt. Ja, ich dachte, das ist der nötig. Aber war nicht nötig. Gute Kamera. Jetzt geht das auf der ... Hä? Was? Kommst du da links hoch? Das ist auf der Seite gerade aufgegangen. Weil du hier nicht hochkommst. Siehste? Du dachtest wirklich, du bist bei der Kirche? Ist das ein Dreck! Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Level Design. How does it work? Wie die diese Spiele einfach gestreckt haben, bis ins geht nicht mehr. Wow, ist das ein großer Vorhof für die dumme Kirche. Ich hoffe, in der Kirche ist es dann wenigstens so, dass sie ihm einfach zweimal in den Kopf schießt und dann schießt. Bestimmt. Oh, das ist der Ultragegner. Na ja, der Colt war ja auch nicht wirklich schwer. Naja, da sind wir ja nur reingelöst. Da war das Spiel einfach kaputt, weil wir da nur einfach reingelaufen sind. Dann irgendwie aus Versehen irgendwas. Ich glaube, das war so auch nicht gedacht. Irgendwie Luft schießt. Oh, oh, oh. Puh, da ist noch eine. Vielleicht zwei von denen, ey. Ja, das Spiel fährt jetzt schwer. Komm, wieder so ganz langsam wie so ein bisschen Gegentrennen, weil der auch nirgendwo drüber klettern kann. Schmeißt du mal das Dynamit hin, dann geht der bestimmt weg. Echt nicht? Warten nur zwei. Oh, shit. Boah, das Game ist sehr hart. Es sind halt wirklich diese Schusspassagen, weil die sich halt so krass strecken. Ja. Bei den Motorradfahrten denkst du ja wirklich, okay, irgendwann kommt man ja mal an. Ja. Und das macht ja im Verhältnis fast noch Spaß. Nein. Nein, 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 nein. Das ist nur, weil das hier so scheiße ist. Also meine Definition von Spaß ist hier sowieso eine ganz andere und im Verhältnis dazu. Also wenn ich es mir aussuchen könnte. Ja, tu dem Spiel deinen Gefallen nicht und setze es in seine eigenen Verhältnisse. Ich finde, das dürfen wir dem nicht erlauben. Das ist ja auch. Das ist ja auch. Oh, mein. Hör mal auf! Oh Gott. Wie er gerade vom Kopf so verwurrt hat. Oh, die Kombos hier drum. Geht gut ab Jetzt noch einmal um die Kirche rum Warum? Hast du Bock drauf? Na dann Aber Ja Ja Oder? Krass Das ist nicht zu glauben oder? Das ist einfach nicht zu glauben Die Gangster haben dort das Beton hingestellt Der Pastor Der hat ja lange Haare? Ja Was ist denn mit ihm? Ich wusste, dass hinter mir einer war Ich habe drinnen geguckt, da war keiner Die haben doch so eine extra Animation, wenn sie sich umbringen glaube ich Ja, was? Weil die gerade so die Waffen über den Kopf gewedelt haben Also ich habe gesehen, dass einmal gespeichert wurde Als ich das erste Mal vor dem Krieg wieder angekommen bin Das war gerade fast mein Das war gerade fast mein Hallo Hallo Wie hieß denn die? Fidi und Bumsi Oh nein Blut überall Hehehe 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 Das Problem ist, die Tore öffnen sich herum Also ich muss immer alle umbringen Ja Hehehe Lesen wir jetzt mal die komplette Lösung durch Nein Nein, du musst hier teilnehmen Vielleicht gibt es ja hier noch ein Hehehe Hehehe Weiß ich nicht, ein Cheatcode Eine Besiegbarkeit Hehehe Das macht es wahrscheinlich genauso scheiße Das führt ja nur dazu, dass wir, wenn wir in so ein Glitch kommen, nicht mehr neu starten können Das stimmt, ja Obwohl Neustart kommt noch jederzeit, oder? Ja Ja Kann sein Der Ziel ist super Nope Nope Au 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 Alter, wie ein nasser Sack Ein paar Schüssen den Kopf genähert Links ist nur einer, oder? Ja Ne, dumm Da Da Einer Einfach Ich glaube, das spiele ich mal mit zu Hehehe Oh Gott nein So, so, Videospiele, pass auf Geh doch mal zu dieser Frau hin Hehehe Ich probiere das nicht an Da wäre, 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 wäre Also tatsächlich ihr Fachminister Kommentar sehr interessant Vielleicht rastet sie mal richtig aus Du musst ja diese Fünfer, Vierer Szene sehen Ja Muss noch ein Gegner sein Vielleicht zeige ich mal einen Zusammenschnitt aus, aus Sex in Videospielen Das war eigentlich Ist das ein Eimer Farbe? Das war eigentlich Ja, auf meinem Bike Okay, irgendwo muss noch einer sein Da, kommt er Na, 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 oh Wait, wait, wait Ach so Fuck you So Warum die hier nicht noch einen Checkpoint gemacht haben Ich habe halt wieder vergessen, dass diese Balken da unten da sind Ja Kann, ist nicht schlimm Waren die vielleicht das ganze Spiel über schon da? Ist das so eine gesunde Sache? Ist das so eine gesunde Sache? Ich glaube, die haben ja einmal gesehen, wie sie dazukamen Na, du auch? Kommen wir auch hier lang? Stürmen Ach, was war das denn? Stürmen Na? Hopp Das war nur der Hut Gibt's hier eigentlich einen Deathcounter? Ja, ne? Also im Sinne von wieviel wir umgebracht haben Können sein Sadistics 22 Ne Nach Rechtshäuser gehen? Bikes Konflikte Wir sind 18 mal gestorben Wir haben 430 Leute getötet 430 ist nicht schlecht, okay Na ja, sind aber nur Devils Hand Ja, die Cops, die kann man noch vorher Kopfschuhen 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 Oh, die steht nicht sterben Sterben, 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 sterben Was rauchen da gerade? Hä? Da kann so Rauchwölkchen Erstmal drauf So Die sind voll in den Lauf gerannt Warum soll ich denn jetzt? Oh, ich muss aber bestimmt da lang Ja Kommt bestimmt gleich Schlüssel Genaues zu Muss seinen Eingang nutzen Was? Haha Wehe, jetzt sagt mir eine Cutscene, dass es zu ist Das wird so awesome Ja Oh Was ist denn da? Kingsman Ja, nö, die Weingegang hat sich ja nur Küche und so nahe King Dick Vorsicht, King Dick redet Schießen wir es einfach in den Kopf, Mann Wie ein Dick? Und der Thanks for finding such an ingenious location Was we gonna change it? Goes to myself God forbid Wo Wuhu Ja Wuhu Wuhu Wuhuuu Wuhu 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 Und der kleine Piggi arbeitet an Buccaroos und hat einen von meinen Männern getötet. Weißt du was? Ich hab dich nicht verstanden, Herr Jake. Das ist ne große Kirche. Oh du Scheiße. Oh nein. Wir haben es da hingelegt. Oh er wollte. Kirche ist bestimmt einzig Zeit weg. Oder du kannst sie kaputt machen. Das ist ganz cool. Oh Gott. Viel Spaß. Oh this is bad guys. Oh this is real bad. Hast du nicht gerade gesagt das ist gut? Oh this is bad. Oh oh. Eine Säule. Ja. Nee. Ich kann den direkt abschießen und den ignorieren? Probier es. Vielleicht ja, aber probier es. Probier es. Da war ich aber glaube ich nah genug dran. Ich glaube dieses Spiel lässt dir da keine Chance. Do it. Just do it. Es geht bestimmt. Review Gameplay Controls. Don't review this game please. Tutorial. Erstmal die Cutscene laden. Guck mal. Guck es geht. Ist halt nicht so gut. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Oh wie es dann wackelt wenn ich. Ja außer am Schmeister. Das ist glaube ich. Hier comes the pain. Oh wow. Wir hatten das alle. Guck mich nicht an. Guck mich nicht an. Mach das. Mach das jetzt. Ich will nach Hause. Lass mich. Lass mich. Ich muss gleich auch. Bald. Jetzt 18, 17. Mach mal schnell jetzt hier. Okay. 10 Minuten. Okay. Es ist Sonntag. Kann ich gläubig werden. Und würde Gott jetzt sagen. Ey Freundchen. Freundchen. Jedes Mal diese Cutscene auch neu laden muss. Oh ist er die. Beim Wurf Interrupted. Weitermachen. Ja. Ja. Oh Gott wenn das geht ne. Oh nein. Mach 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 mach. Ey wenn das geht. Wenn das geht. Geht das. Komm schon lass es gehen. Bitte. Bitte. Ich habe gerade Angst das gescriptet ist. Dass er nicht. Schade mal rankommen muss. Ne dann würde es nicht rot werden. Oh Gott du musst mal in Deckung gehen. Oh. Ich bin mit der Kerze in Deckung. Ja. 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 Okay. Er fliegt halt die Dinger direkt zu dir. Deswegen ist das egal. Oh. Das ist nicht gut. Oh doch. War gut genug geklippt. Geh in Deckung. Oh Gott wenn das klappt. Oh nein. Vielleicht musst du mal ein paar der kleinen hier platt machen. Darks holds my ass. Hau. Hau. Hau immer noch hitting ihm. Der kann nicht bis hier hinwerfen wenn ich in Deckung bin. Das ist voll gut. Das ist ihm irgendwie in seinem Bruch. Komm schon. Und das ist doch. Und dass er direkt da explodiert ist. Drei Schuss und doch. Komm schon. Direkt rechts neben dem liegt ne Wache. Wie explodiert das denn? Das geht gut. Ich bin gut. Das kann nicht normal sein. Ey wenn der wirklich so viel verträgt da. Achtung mal rechts ist wirklich die Wache. Geh in Deckung. Ich kann ja von hier relativ sicher die kleinen erledigen. Weil ich kann nicht zählen. Ja das hatte man es auch schon mal. Weil du irgendwie zu nah dran stehst oder sowas an der Wand. The fuck this? Er macht seinen eigenen Leuten das Cover kaputt. Ich habe nur Angst dass er gleich irgendwo da mit dem Mieter hängen wirft oder sowas. Nö. Ich mache gerade alles kaputt. Rechts war noch einer wieder. Da. Ist es hier mal? Da siehst du? Da ganz rechts von mir sind normal. Ach fuck you. Die respawn wahrscheinlich auch. Ey genau das will ich ja gerade ausprobieren. Also wir haben halt schon so viel Schaden eigentlich. Ich versuche jetzt eine ganz kleine Erwägung zu machen aber es geht leider nicht. Nee nee. Du siehst warum es schwer ist Headshots zu machen in hastigen Situationen. Ja. Fucker wow wow. Nice. Nice nice. Das musst du dir nur noch umbringen. Nice. Oh jetzt kommt zu dir. Oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit. Nicht noch einen werfen. Warte kurz. Warte. Ich geh in Deckung. Warum gehst du nicht in Deckung? Zubackeln bitte. Danke. Oh man, so eine Krütze. Ich weiß halt echt nicht, ob ich gerade auf die Gegner oder auf ihn. Perfekt. Wahrscheinlich muss ich einfach das irgendwie fünf oder zehnmal machen oder so. Das kann echt sein. Oder vielleicht musst du nah ran oder sowas. Also ich trau dem Spiel echt alles zu. Ja. Ich verress das an, weil es gibt immer noch so eine extra Explosion, weißt du? Ja. Ja. Aber, ja, also, ja, ist egal. Du kannst ja aber, wenn du das nächste Mal ihn aufhältst beim Dings, deine Henchmen und den Perfekt machen. Macht aber gar nichts mehr. Jetzt, jetzt. King dick, ey. King dick my ass. Sehr gute Arbeit, Mats. Meinst du, ja kann natürlich sein, dass du die alle erledigen musst? Ja, das sieht so aus, ob uns die letzten wären. Aber ich muss zu dem hinrennen vielleicht. Ja, das kann auch sein. Das macht er nicht so gefährlich, wenn der Dings schmilzt. Doch jetzt macht er irgendwas. Das sieht nicht falsch aus. Ich muss bestimmt zu dem hin. Ja. Glaube ich auch, wenn er so benommen ist, ne? Hä? Ja, das ist normal. Ja, das sieht gut aus. Ja. Kommt jetzt nicht noch ne Explosion? No way. Ja, jawoll. Was ein wunderbarer Bosskampf. Das war ja... Also selbst für diese Verhältnisse... Er war einfach unsterblich. Ja. 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 Das ist das eigentlich das Schöne. Ja. Ja. Ja, bin ich voll bei. Ich würde sagen, wir haben maximal noch zwei Sessions. Das Spiel muss jetzt einmal nur abstürzen. Ich hab den Controller weggelegt gehabt. Ich hab den Controller weggelegt gehabt. Ich krieg's am Event plötzlich. Was denkst du, du machst? Das kleine Piggie würde nicht schweilen. Gute Events. Fühl ich richtig mit. Ja, komm, schreib. Dieser stupide kleine Piggie ist auch nicht nach hinten geknickt. Nee. Das stupide kleine Piggie ist auch nicht nach hinten geknickt. Das stupide kleine Piggie ist auch nicht nach hinten geknickt. Ja. Gott, dammit. Alright. Fuck. That whore Brandy find her. Bridgy. She's on the outside and trying to fuck her way up the ranks to be pretty boys primo. Komm her ist grad. No broad should have that much power. You rotten son of a bitch. Kann ich nicht hören, er ist unter Wasser. Es ist gut, dass hier Keytime-Events drin sind. Toll. So fühlt es sich richtig gut an zu tränken. Er hat immer noch die Zigarre am Mund. Dies fester Teil seines Garten. Oh Gott, ist das eine Scheiße, ey. Okay, wir gucken einmal, wie unser Status ist, wie viele wir hier haben jetzt. Dann war es das für heute. Das war es nicht nur für heute. Das war unsere zweite Aufnahme-Session. Was war die erste Mission? Mit Mitok haben wir angefangen. Ich glaube schon. Da kommt er wieder, der Balken. Das ist doch ein Ladebalken für die Texturen oder so. Das ist der Zwischenspeicher. Wow, ey. 23 von 37. 14 noch. Da habe ich in dieser kurzen Zeit 6 Missionen. Das waren sehr viele in der letzten Mission. Wenn das... Vielleicht geht es ja so weiter. Hoffentlich. Also das ist... Ich weiß ja nicht. Wir wissen jetzt auch, dass das 27% uns nicht danach gehen müssen. Weil die die ganzen... Nee, das ist der ganze Rest. zählen müssen. Das heißt... Nichts was spielen was du... Nee. Fick dich. Geh jetzt. Tschüss. 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 Tschüss.